Kontrolle ist dem Ego so wichtig. Ich muss alles kontrollieren. Das Witzige an Kontrolle ist, so wie das Ego kontrollieren will, nämlich wenn meine Außenwelt fein säuberlich so ist, wie ich es gerne hätte, dann kann ich ruhig sein. Ist hoffnungslos, wird niemals passieren. Weil der Clou ist, dass du Frieden empfindest, egal was das Außen dir bietet. Das ist, wo wahrer Frieden zu finden ist. Das ist, wo wahrer Frieden ist.